Unfassbar inspirierend. Ja, Malte ist ein unheimlich cooler Typ. Das gibt mir ziemlich viel Zuversicht. Hi, meine kleinen Raketen. Hier ist Max von eurer Gründerplattform LexRocket. Und jetzt starten wir mit dem nächsten Camp Report. Da Malte da ist, sind die ersten unserer drei MentorInnen angekommen. Und da dachten wir uns, die stellen wir euch mal vor. Ich bin Madeleine, die Gründerin von Raketenstart. Und bin als Mentorin hier dabei, um den Gründern und Gründerinnen dabei zu helfen, rauszufinden, wer bin ich gerade als Gründerpersönlichkeit und wo möchte ich mit meinem Unternehmen mal hin? Moin, mein Name ist Malte. Ich bin einer der Gründer von Foodguide und PayNoidLater. Und ich bin hier mit dabei, um vor allen Dingen rund um die Themen MitarbeiterInnen, Führung, Lean, Startup und auch Struktur zu sprechen. Moin, moin. Ich bin Flo, Gründer von Moidoso. Und ich bin hier zum wiederholten Male als Mentor am Start, einfach um die Startups zu allen Dingen beraten zu können, was Unternehmertum anbelangt und vor allen Dingen auch mit dem starken Fokus auf Marketing. Heute stand der Workshop von Malte im Vorpass. Dabei ging es hauptsächlich um agiles Arbeiten und Struktur im Unternehmen. Er meinte es hier auf dem Camp, weil er mit seinen Gründungen, wie er schon gemacht hat, wahnsinnig viel Erfahrung mitbringt. Und genau die Expertise hat, die unsere Startups und Gründer brauchen. Er kennt die Probleme, er weiß, wie es in seinem Startup laufen kann oder wie es nicht laufen kann. Und weiß dementsprechend auch Lösungswege. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Wie leitet man ein Team? Welche Hacks gibt es? Welche Strukturen bieten sich besonders an? Welche Tools sind cool? Deswegen für mich sowieso ein spannendes Thema. Und ich glaube, wir alle konnten da viel lernen, wie wir gute Teams aufbauen. Und ich glaube, das ist nachher das Wichtige, ein Team, auf das man sich verlassen kann. Ich fand den Workshop sehr, sehr gut. Es war sehr interessant, auch mal zu merken, was andere Leute mit schon ein paar mehr Mitarbeitenden für Tools benutzen. Ich habe aber gemerkt, dass wir eigentlich auch jetzt schon anfangen müssen, unsere Strukturen so aufzubauen, dass wir, wenn wir wachsen, dann nicht in die Bredouille kommen, irgendwie neue Strukturen zu implementieren, sondern das wirklich jetzt schon aufzubauen. Super interessant zu sehen, wie ein schon erfolgreiches Unternehmen mit viel Erfahrung seine Personalstruktur aufbaut und so ein Onboarding gestaltet. Und auch mal echt interessant, Malte, den ich schon länger kenne, so einen Vortrag halten zu hören. Das gibt mir ziemlich viel Zuversicht, dass man mit langer Erfahrung und einer guten Struktur einiges hocken kann. Das war es auch schon wieder mit eurem Camp Report. Ich gehe jetzt noch eine Runde laufen. Malte, Kopf oben. Unser Vier-Gänge-Menü. Komm, Cem. Zieh durch.